Hallo, guten Abend! Hallo, wie geht's dir? Gut, danke dir! Prima danke! Ich habe viele Pläne. Was machst du am Freitag, den 28. Dezember? Hast du Zeit? Ja, ich habe am 28. Zeit. Warum? Ich möchte im Kino gehen. Kennst du viel die Familie? Ja, ich kenne den Film. Aber ich finde den Film nicht so gut. Am 28. Dezember möchte ich lieber in ein Konzert von Rammstein gehen. Wie findest du meine Musik von Rammstein? Ich finde es fantastisch. Die Musik von Rammstein und ich sehr gerne. Möchtest du mit mir in das Konzert gehen? Sehr gerne. Das ist prima. Wo und wie viele Uhr beginnt das Konzert? Das Konzert beginnt um 9 Uhr auf dem Europaplatz. Wo ist das? Das ist sehr toll. Neben dem Rammstein. Super! Das ist gerne ich. Und wie kostet den 3D? Ich denke, der 1 kostet 30 Euro pro Person. Treffen wir uns vor dem Rammstein? Ja, das ist eine gute Idee. Ein bestehenden. Vielen Dank für dein Handyburger. Vielen Dank. Ich freue mich. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das ist Freitag.